Hallo, hier ist die Petra von StempelDichBund und ich habe dir heute mal wieder eine Kartenidee mitgebracht. Und zwar ist es eine Pop-Up-Kart. Wenn man die aufmacht, dann kommt einem hier der Heißluftballon entgegen. Ja, ich finde den Effekt total klasse und da möchte ich dir heute gerne zeigen, wie du sowas machen kannst. Das ist nämlich im Grunde total einfach, dieses Pop-Up-Element. Verschlossen wird das Ganze dann noch mit einem Magneten. Die Karte wird durch diesen Pop-Up-Mechanismus relativ dick. Man sieht es, wenn man hier so von oben reinschaut. Und ja, wenn man dann keinen Magneten hat, dann steht die immer so ein bisschen offen. Deswegen habe ich da diesen Magnetverschluss gemacht. Ich zeige dir jetzt als erstes, wie dieser Mechanismus funktioniert. Ich habe hier nochmal meinen Entwurf. Und zwar ist im Grunde das Entscheidende dieses aufgeklebte Teil. Das sieht so aus, ja, im Grunde wie so eine Acht, die aus Papier, Pappkarton oder Designerpapier gemacht wird. Und wenn ich die Karte zusammenklappe, dann siehst du das jetzt. Dann gehen diese beiden Hälften sozusagen, die klappen sich nach vorne. Dann werden das so rauten. Und naja, die klappen sich dann eben flach. Und wenn man die Karte aufmacht, dann zieht sich das wieder auf. Und wie kann man das dann nochmal sehen, hier oben beim Zusammenklappen, klar, der Heißluftballon klappt eben mit ein. Und wenn man es aufmacht, dann zieht sich diese Acht wieder auf. Und damit poppt dann eben dieser Ballon nach vorne. Und wie weit das nach vorne geht, hängt natürlich davon ab, wie hoch diese Acht ist. Ich habe mich jetzt hier dafür entschieden, das einen Zentimeter zu machen. Das ist natürlich irgendwann, sieht es vielleicht seltsam aus, wenn man jetzt hier so drei Zentimeter irgendwas hat, was einem da entgegenkommt. Aber da gibt es natürlich dann unterschiedliche Möglichkeiten. Und jetzt zeige ich dir mal, wie man halt diese Acht machen kann aus Papier. Und auch einen Trick, wenn man jetzt mehrere Karten macht, denn das kann ich dir auch nochmal kurz zeigen, das waren meine Swapkarten beim letzten Teamtreffen. Das heißt, ich habe da einen ganzen Packen rausgemacht. Ich habe die Luftballons dann jeweils in unterschiedlichen Farben angemalt. Gemalt habe ich die mit den Blends. Da wollte ich einfach mal ausprobieren, wie die Ballons dann in unterschiedlichen Farbgebungen aussehen. Naja, und da habe ich natürlich nicht jeweils aus einem Papierstreifen eine Acht gemacht. Ich zeige dir jetzt erstmal den Weg zu Fuß. Und ich habe das eben auch gemacht aus Designerpapier, weil es ein bisschen dünner ist als der Farbkarton. Und dann wird die Karte eben nicht ganz so dick. Für diese Karte ist jetzt auch mal wieder das Falzbrett günstig, weil man da einfach die Falzen leichter machen kann. Und ich fange jetzt eben mit diesem einen Streifen an. Wenn, wie jetzt bei mir, eben die Höhe der Acht ein Zentimeter sein soll, dann brauchst du einen Streifen mit zehn Zentimeter Länge. Und der wird gefalzt jeden Zentimeter. Dann wird das natürlich erstmal alles nachgeknickt. Die Idee habe ich übrigens bei Jennifer Maguire gesehen. Und die macht auch diese Acht aus zwei Streifen. Das heißt, die hat zweimal fünf Zentimeter sozusagen. Daraus klebt sie dann einzelne Würfel und klebt dann diese Würfel noch einmal aneinander. Aber den Schritt kann man sich einfach dadurch sparen, indem man das Papier direkt aneinander hat. Dann legt sich das eben auch schon so zusammen. Naja, und dann klebt man jetzt eben die beiden Enden jeweils auf das fünfte Feld von der Seite. Du kannst das jetzt bei dem Papier hier natürlich schlecht sehen. Ich kann das mal kurz anmarkern. Wir haben jetzt ja jeden Zentimeter eine Falzlinie gemacht. Das heißt, hier ist das erste Feld, das zweite Feld, das dritte, das vierte und das hier ist jetzt das fünfte Feld von der einen Seite. Und dann eben das Nachbarfeld ist dann auch gleichzeitig das fünfte Feld von der anderen Seite. Das klingt jetzt wahnsinnig kompliziert, ist es eigentlich überhaupt nicht. Weil ja klar ist, du brauchst für einen, für einen Quadrat vier Seitenteile, also vier Zentimeter. Und das fünfte Teil ist dann eben die Überlappung. So, jetzt kommt hier kein Kleber raus. So kommt man dann eben auf die acht Zentimeter plus zwei Zentimeter noch mal Klebefläche. So, und jetzt klebe ich eben diese Zentimeterstücke immer die erste, den ersten Abschnitt in der Mitte fest. Und du siehst schon, das ist also ein bisschen fummelig. Ich habe das also für meine erste Musterkarte dann auch tatsächlich so gemacht, aber fand das doch sehr fummelig. Wenn der Kleber angezogen ist, wird dann hier in der Mitte das auch noch zusammengeklebt, dass man hinterher, dass die acht eben auch in der Mitte die Verbindung hat. So, und wenn das dann getrocknet ist, dann kann man das eben verwenden. Und jetzt zeige ich dir das noch mal, wenn du mehrere Karten machen möchtest. Ich finde es deutlich leichter so. Das Prinzip ist natürlich komplett das gleiche. Es ist halt leichter, wenn das Papier größer ist. Und ich habe jetzt hier einfach einen Streifen altes Designerpapier genommen. Der ist natürlich auch wieder zehn Zentimeter breit. Wie lang der ist, spielt eigentlich keine Rolle. Ja, pro Karte, die du machen möchtest, brauchst du ungefähr einen Zentimeter Höhe. Ich denke, das sind jetzt hier so sechs Zentimeter. Das heißt, wenn du zehn Karten möchtest, muss der Streifen eben zehn Zentimeter breit sein und so weiter. Ob das jetzt in unbegrenzter Breite funktioniert, weiß ich nicht. Vielleicht muss man dann irgendwann das zweimal machen. Und jetzt wird es wie eben auch jeden Zentimeter gefalzt. Es ändert sich natürlich am grundsätzlichen Vorgehen nichts. Es wird dadurch praktischer, dass jetzt das Papier breit genug ist, dass man doppelseitiges Klebeband benutzen kann. Ich finde, das macht das Ganze dann nämlich deutlich einfacher. Ja, und jetzt mache ich das im Grunde wie eben. Ich nehme jetzt doppelseitiges Klebeband und mache einmal auf den fünften Streifen von jeder Seite einen Streifen Klebeband. Und dann kann ich das Papier halt so legen, dass ich jetzt meine Kante von dem Papier neben das Klebeband lege. Dann muss ich es ja nur umklappen. Und schon habe ich dann diesen ganzen Streifen festgeklebt. Jetzt habe ich hier das erste Quadrat. Das mache ich dann auf der anderen Seite nochmal genauso. Und so hat man dann die beiden Quadrate. So, und dann kann ich sie natürlich entweder in der einen oder in der anderen Richtung zusammenkleben. Oft habe ich das dann auch, so haben wir es jetzt gerade geklebt und oft habe ich es dann tatsächlich einmal um die Ecke gelegt. Dann hat man nämlich hier unten, du siehst das, dass der Spalt da ein bisschen breiter wird, weil da eben die Papiere doppelt liegen. Das ist die Stelle, wo die zusammengeklebt sind. Und das passt dann bei der Karte gleich auch gut in die Falz. Und deswegen ist das gar nicht unpraktisch, wenn man das dann eben auf der anderen Seite das dritte Mal klebt. Da kommt dann auch wieder ein Streifen Klebeband drauf. Und dann klappe ich es nur zusammen. So, und jetzt habe ich meine 8 und zwar gleich eine ganze Reihe davon. Naja, und jetzt ist natürlich klar, schneide ich eben einfach einen Zentimeter davon ab. Das kann ich abmessen, das kann ich auch per Augenmaß machen. Und so habe ich eben auch meine 8 und zwar ohne Tombow-Gematsche und deutlich schneller. Also das finde ich eben viel komfortabler. Okay, das ist also der Mechanismus und dann zeige ich dir jetzt, wie ich die konkrete Karte gemacht habe. Das habe ich mir jetzt überwiegend schon vorbereitet. Ich habe eine Grundkarte genommen. Der Farbkarton ist rauchblau. Die hat das normale Kartenmaß 14,85 x 21 gefalzt bei 10,5 Zentimeter. Und damit ich das nicht vergesse, klebe ich das als allererstes ein. Den Riegel für den Magnetverschluss klebe ich einmal mit Tombow auf die rechte Innenseite. Dann habe ich mir Einleger zurechtgeschnitten aus flüsterweißem Farbkarton. Da lege ich mir jetzt ein Papier drunter, ein Schmierpapier. Gestaltet habe ich die Karte mit dem Stempelset über den Wolken. Das ist dieses Set mit den Heißluftballons. Da gibt es auch die passende Handstanze dazu. Das ist natürlich total praktisch. Da kann man dann die Ballons und auch den Korb unten dran gleich mit ausstanden. Und dann stempele ich erstmal Wolken. Gestempelt habe ich die auch in rauchblau. Und immer mit dem zweiten Stempelabdruck habe ich das gemacht. Wo ich jetzt gerade dabei bin, stempele ich auch direkt den Aufleger vorne auf der Karte. Für die Innenteile, die beiden Farbkartonstücke, die haben jeweils ein Maß von 14,35 mal 10 Zentimeter. Die sind also einen halben Zentimeter kleiner als die Karte. Der Aufleger für vorne hat ein Maß von 13,85 mal 9,5. Der ist ein Zentimeter kleiner. Die Maße schreibe ich dir natürlich wie immer in den Blogartikel. Den Link dazu findest du unten in der Infobox. Und den Aufleger für vorne. Da stempele ich auch die Wolken einmal kreuz und quer über das Papier. Der zweite Blauton, den ich genommen habe, ist Blaubeere. Damit habe ich die kleinen Heißluftballons gestempelt im Inneren der Karte. Die fliegen dann nämlich noch einmal auch so von links nach rechts im Hintergrund. Und auch den Spruch auf zu neuen Horizonten. Vorne auf den Aufleger habe ich noch ein paar Vögel gestempelt. Und dann kann ich jetzt schon anfangen, die Karte zusammenzusetzen. Ich klebe jetzt als erstes die Einleger im inneren Bereich auf. So sieht das jetzt aus. Und als nächstes wird dann eben dieser Mechanismus eingeklebt. Und den klebe ich dann mit Tombow fest, damit es auch wirklich richtig gut hält. Da kommt auf eine Rückseite dieser acht, also auf eine breite Seite, kommt ein bisschen Tombow. Ja, und dann setze ich den so in der Höhe an, wo hinterher der Heißluftballon oder der obere Teil des Heißluftballons sein soll. Und ich gucke, dass jetzt hier in der Mitte, wo die beiden Quadrate zusammenkommen, der Spalt genau mit der Falzlinie der Karte übereinstimmt. Oder eben möglichst genau. Dann drücke ich es gut fest. So, und dann kann ich die Karte auch mal zusammenklappen und auch noch mal hier ein bisschen festdrücken. Es kann sein, dass sich jetzt noch mal die Falzlinie vielleicht ein bisschen verschiebt, wenn ich es nicht ganz hundertprozentig exakt geklebt habe. So, und so siehst du halt, wenn ich die Karte aufmache, klappt sich die acht wieder auseinander. Dann kann ich jetzt hier schon auf die Lasche ein Magnetpaar anbringen, beziehungsweise klebe ich natürlich nur den einen fest. Schon einmal den unteren Magneten. So, und das lasse ich jetzt noch einen kleinen Moment trocknen. In der Zeit mache ich hier schon mal die äußere Seite weiter. Die Mattung ist auch in Blaubeere und hat ein Maß von 14,35 mal 10 Zentimeter. Die kann ich schon festkleben. Und bevor der Aufleger draufkommt, klebe ich den Magneten fest. Ah ne, davor mache ich hier erst den Ballon im Inneren fest. Das habe ich so gemacht, damit ich halt die komplette Dicke der Karte habe, bevor ich den Magneten festklebe. Dann geht es jetzt mit dem Ballon weiter. Den habe ich schon vorbereitet. Den habe ich noch mal hier in dieser kunterbunden Version gemacht. Gestempelt auch in Blaubeere und dann mit den Blends. Das ist Osterglocke, grüner Apfel und Kussrot. Einfach einmal ausgemalt. Ich habe da auch gar nicht schattiert. Und jetzt muss ich den Ballon, der ins Innere der Karte soll, der muss einmal gefalzt werden. Und zwar einmal längs in der Mitte. Und jetzt ist es bei dem Ballon so, der ist genau 4 Zentimeter breit. Das heißt, ich kann den hier zwischen den 11 und 15 Zentimetern auf dem Falzbrett hinlegen. Dann weiß ich halt, dass die Falzlinie ziemlich in der Mitte ist. Ich versuche auch, den möglichst gerade zu legen. Den Korb habe ich ein bisschen schief angeklebt. Das macht aber auch nichts. Das sieht man später nicht. Und dann falze ich das einmal mit dem Falzstift nach. An dem Übergang, wo es zusammengeklebt ist, gehe ich so ein paar Mal hin und her. Und auf dem Falzbrett ist es halt jetzt angenehmer zu falzen, weil ich den Ballon besser festhalten kann als in dem Schneidebrett. So, und dann knicke ich den Ballon auch einmal zusammen. Und der kommt jetzt auf diese 8. Das habe ich mit Glue-Dots befestigt. Da mache ich auf jede Hälfte der 8 einen Glue-Dot. Die kann man so prima zur Seite legen. Nicht verwirren lassen, das, was jetzt rechts ist, ist nicht oben, sondern das ist dann eben das Seitenteil. Und dann klebe ich zuerst die eine Seite auf. Da gucke ich, dass die auch parallel zu meiner Mittelfalz verläuft, dass ich die gerade klebe. Dann klappe ich den Ballon um, klebe die zweite Seite auf. Den kann man dann nochmal so ein bisschen hin und her machen. Gucken, ob das auch alles funktioniert. Ja, und wenn ich jetzt die Karte zumache, du siehst es, dann klappt sich der Ballon eben mit ein. Auch hier kann ich jetzt nochmal das nochmal alles richtig in Form drücken. Und jetzt kann auch der zweite Magnet aufgeklebt werden. Dafür klappe ich die Lasche einfach um. Dann kommt als nächstes der Aufleger vorne drauf. Ich habe jetzt den Spruch und die Kreise auch schon vorbereitet. Die muss ich nur noch zusammenkleben. Ich habe mir die Größen hier extra nochmal notiert. Und zwar dieser Spruch, Träume sind nie zu groß. Der kommt eben auch aus dem Stempelset über den Wolken. Da ist er, Träume sind nie zu groß. Luftpost für dich, finde ich auch super schön. Gestempelt habe ich den in Blaubeere. Und dann habe ich den ausgestanzt mit der 1,3 Achtel Handstanze Wellenkreis. Für die Mattung habe ich nochmal einen Kreis in Blaubeere mit der 1,5 Zoll Handstanze ausgestanzt. Und dann habe ich auch nochmal eine alte Stanze aus dem Schrank geholt. Und zwar die 1,75 Zoll. Einfach weil ich so viele Karten gemacht habe, ist es mit der Handstanze praktischer. Die gibt es ja leider nicht mehr, aber in den Kreisframelits ist auch ein passender Kreis, den man dann nehmen kann. Die habe ich einfach aufeinander geklebt und dann kommen die hier auf den Riegel. Erstmal nur die eine Seite, damit das dann auch ein bisschen trocknen kann. In der Zeit klebe ich den Ballon noch vorne auf. Das habe ich mit Dimensionals gemacht. Und dann habe ich einfach nochmal hinten auf den Verschluss einen zweiten Kreis. Der ist auch wieder in Rauchblau, damit man den Magnet nicht sieht und eben damit der Riegel noch so ein bisschen versteckt ist. Und damit ist dann so eine Pop-Up-Card auch schon fertig. Ja, ich finde den Mechanismus immer wieder total schön, wenn es einem da so entgegenkommt. Ich hoffe, dir gefällt die Idee. Vielleicht machst du auch mal so eine Karte. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß damit und freue mich sehr, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.